So, bei dem Ding hier, da schlägt mein Nerd Herz wieder ein bisschen höher. Das ist eine Tasche von Suicide Squad. So, Lederimitar-Tasche, Umhänge-Tasche. Sieht richtig, richtig nice aus. Also wirklich, ich finde die richtig cool. Ich werde die jetzt auch einfach mal so ein bisschen lieblos hier unten aufreißen. Hat einen coolen Verschluss hier, einfach nur so ein Schnapper, was ich echt geil finde. Normalerweise haben diese Umhänge-Taschen ja meistens gar keine Verschlüsse. Oder, ich gehe auf da. Aber das finde ich ist mal gut gemacht. Das ist auch vom Design her sehr cool gemacht. Warte, ich brauche mal ein Messerchen. Bam. Zack. So, was steht hier drauf? Suicide Squad Task Force X Korea Bag. Size 86 x 28 x 12 cm. Made in China. Aber trotzdem ist ja nichts Schlechtes, dass es in China gemacht wurde. Er sieht wirklich, wirklich, das Task Force, die sieht richtig, richtig gut aus. All die gefällt mir, die gefällt mir wirklich. Die Tasche, jetzt machen wir die mal auf. So, alles geil. Alles finde ich auch geil. Das soll dann halt auch auf dem, ups, Alter, wenn es hier nicht so zusammenkleben würde. Das dann auch auf dem Trageriemen steht dann Suicide Squad drauf. Sehr cool gemacht. Von innen hier oben ist nochmal ein Rise Verschluss. Auch wieder mit dem Suicide Squad Logo. So, hier haben wir die Tasche. Ist auch dies witzig gemacht. Dann habe ich hier nochmal den Boden. Den kann ich hier oben umlegen. Bam. Eine coole Tasche. Eine coole, einfach nur cool. Für mich als Nerd ist das natürlich mega cool, weil ich stehe auf sowas. Ich werde euch das Teil auf jeden Fall verlinken. Ich glaube, ich habe sie bei Amazon gekauft. Oder bei Sports. Sports Bar oder bei Sports Direct. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich werde euch das Ding verlinken. Die ist cool. Das ist halt, wie gesagt, so ein Lederimitatgerät hier. Warte mal. Ich muss mal schnell hier vorne reingreifen. Okay, ich dachte, das wäre irgendwie nur verstärkt. Aber das ist scheinbar so. Okay, nice. Jetzt habt ihr das Ding mal gesehen. Lasst mir einfach einen Kommentar da. Abonniert meinen Kanal. Lasst mir einen Daumen hoch da. Oder einen Daumen runter. Oder was auch immer. Ich wünsche euch noch einen nerdigen Tag. Bis denn dann. Ciao.